Mit einem kleinen Augenzinkern hat der vor der WM aussortierte Handball-Nationalspieler Tobias Reichmann aus seinem Urlaub South Orlando die Leistung der deutschen Mannschaft beim 34 zu 21 gegen Brasilien kommentiert. Geiles Spiel, ihr Banausen, schrieb Reichmann bei Instagram unter ein Foto, das ihn im Deutschland-Shirt auf einer Couch vor einem Fernseher zeigt. Im TV läuft das zweite deutsche Gruppenspiel. Scheint in der Arena schon geil zu sein. Reichmann habe sich damit seine Zukunft in der Nationalmannschaft verbaut, vermutete Blackie.